Musik Moin liebe Leute, was geht ab? Mein Name ist der Blaukopf und ihr seid herzlich dabei eingeladen, ein neues Format kennenzulernen, nämlich Trash-Runde Das Motiv ist ganz einfach, ich baller irgendein Spiel raus Und ihr seid herzlich dabei eingeladen, wie scheiße doch das alles hier funktioniert In diesem Fall, heute Mortal Warfare 3 Wir suchen das ganz normale Team Deathmatch Genug herumpralabern, auf geht's Hier ist es diesmal 8 gegen 8 Ich bin so geil, man Und dann haben wir so einen ersten Kill, 1 zu 2, no problem, bro Das, äh, meine Freundin ging mir ein wenig Ja, zu schnell Sind die doch alle so, so komische Jungs Hoch da Doppelabschuss Aufklärungsdrohne online Ich kann nix sehen Ich bin blind Wie, 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 wie hat er das denn jetzt geschafft? Ach, mit Akimbo und er tötet Tötet So, hier sollte ich nicht lang gehen, weil hier ist ein Sniper Kann ich nochmal das Zitat von gerade eben haben? So, hier sollte ich nicht lang gehen, weil hier ist ein Sniper Da sind alle, alle Hab ich, ist ganz klar Den zweiten auch Der dritte ist unter mir Scheiße Ah, aber hab ich 6 zu 6, Alter Ich bin zweiter Und ich bin tot Nee, doch nicht Close enough Wer ist da? Delta Team Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Aufklärungsdrohne online Ah Fuck Achtung Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Ja, Dead Reaction einfach Weiß Bescheid Ah 7 zu 11 7 zu 11 Wir haben verloren Erste Runde ist also vorbei Leute Nach Gerade mal 5 Minuten ist die erste Runde vorbei Scheiße Käses Fuck Äh, UMP MW2 grüßt Oh Mann Ja, ist das geil Mann, ich liebe Dome Mit so vielen Leuten Die immer alle drei Granaten bei sich tragen Heißt, jedes Team hat einfach mal 28 Granaten So Dann gehen wir mal da lang So Einen von dreien habe ich erwischt Du bist der Held Blaukopf Du bist der Held Was ist denn hier los, Mann? Das soll Spaß machen, oder was? Wie alt Call of Duty einfach mal schon ist, oder? Also, ich meine Call of Duty Modo Warfare 3, ich denke mal gar nicht Guck mir so vor, als hätte ich das Vor zwei Wochen mit meinen Kumpels noch gezockt, Alter Und jetzt hier studieren alle Und ich sitze immer noch zu Hause Nein, Quatsch Hätte gar nicht mehr Mann, was ist denn mit dir hier, Kumpel? Barium Also, nächste Runde Auch wieder nur fünf Minuten gedauert Ist klar, wenn man 9 gegen 9 spielt 9 zu 8 Wir sind im Plus, Leute Im Plus So, ich find mal wieder keine Final, da Wollt schon sagen Haha You motherfuck Oh, scheiße Oben ist einer noch Ja Haha Ja Haha Haha Vampire So ein schwuler Name Achtung, feindliche Vorräte Ich bin erster mit 4 zu 4 How How is that possible? Jawohl Kimbo Slice Ne, ist nur Kimbo Slice Oh, sowas guckt mich halt jetzt gerade an Man hat ein Visier Hat den 100% Und dann kommt so ein Al-Joshua Wer ist denn Al-Joshua? Ich bin so geil Ich hab mich selber geflasht Oh, da kommt ja Ey, jetzt fangen die auch schon an mit so einem Noob Tube Deswegen hab ich vor zig von Jahren mit MW2 aufgehört, weil die ja nur noch genoobtubed haben Nicht mal wegen Hackern und so, das ist ja schon Standard theoretisch beim PC Keine Ahnung wie es bei PS4 oder Xbox ist, könnt ihr mal gerne reinschreiben Aber hier Oh, fuck Aber hier ist es schon Standard mit den Hackern Okay, wir haben 3 Runden verloren, glaub ich Oder? Ne, 2? Keine Ahnung, ich glaub ja, 2 gewonnen und eine verloren Äh, 2 verloren, eine gewonnen Bam Und ich war immer im Minusbereich Außer einmal, glaub ich In dem Sinne, Freunde Gebt ein Like, falls das Video gefallen hat Und ein Abo wär sogar noch besser Macht's gut und Cheerio Ciao Auf 빨an